Die Kirche 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 Jetzt wird das Tempo ein bisschen scharfer hier vor der Tribüne. Arnes Hitchmoe, der dritte in Northern Ireland, im 2.23 ist sie recht schnell. Sie wird immer schneller, schauen Sie mal, dort sprüht die Führende aus Großbritannien, Nordirland. Also das ist eine Gemeinschaft hier, wo es Rekanien Nordirland gibt. Aber nun werden die Schritte doch ein bisschen schwieriger. Kommen Sie, Inge Liese! Arnes Hitchmoe, Lasch, wird reichen für den Titel. Herr Zittau wird sie, wir schauen, dass sie zweitplatziert sind. Inge Liese, Wilhelm Jensen aus Dänemark, die Bronzemedaille gewinnen. Und Caroline Margaret, dritte in Northern Ireland, als dritte im Ziel. Und dannest du zum Vorschlag, die Bronzemedaille gewinnen. Und dannest du zum Vorschlag und stetsst das Schwammespierende warst. Dannest du zum Vorschlag und dass du in den Orientatoren von Herrn Wernherl, dass sie eine Leute, die Börde auswirkungsvolle George-Kerz und ihre couleur sein wollen. Und dann hast du zu, dass sie die Wernherl, die Böcke bis zu den Böcke und die Böcke bis zu den Böcke. Und dann hast du, dass du sie, um Schubbees und die Böcke bis zum Vorschlag der Böcke. Und dann bist du, und dass du mal ein Böcke rein schubtle. Vielen Dank.